Hi, ich bin Max und studiere im dritten Semester VWL an der Uni Mannheim. Ich möchte dir kurz etwas zu der Nutzung von elektronischen Medien wie zum Beispiel E-Books und elektronischen Zeitschriften an der Universitätsbibliothek erzählen. Dann findest du dich hier an der UB hoffentlich bald einfacher zurecht und hast alle Informationsquellen zur Hand, die du für ein erfolgreiches Studium brauchst. Wenn du einmal Zugang zur Literatur benötigst, aber gerade nicht an der UB vor Ort bist, dann ist das oft überhaupt kein Problem. Denn viele Bücher und Zeitschriften der UB kannst du auch digital, zum Beispiel von deinem Laptop auslesen. Dazu schaust du ganz einfach im Katalog Primo nach, ob beim gewünschten Titel der Zusatz Online-Zugriff steht. Wenn du dann auf den Titel klickst, kannst du unter Volltext öffnen den angegebenen Link auswählen und wirst direkt zum Volltext weitergeleitet. Der Volltext wird dir dann aber auf der Website des jeweiligen Anbieters und nicht über Primo angezeigt. Es gibt verschiedene Anbieter und deshalb sieht die Nutzeroberfläche von Mal zu Mal ein bisschen anders aus und auch die Funktionalitäten sind nicht immer die gleichen. Manchmal kann man das Paper oder das Buch zum Beispiel als PDF herunterladen und manchmal kann man es nur online lesen. Das siehst du dann aber, nachdem du den Link zum Volltext geöffnet hast. Am besten schaust du dir auch einmal das Video Primo in 120 Sekunden an, denn dort wird dir gezeigt, wie du in Primo in unterschiedlichen Suchräumen nach Büchern, Zeitschriften und Artikeln suchen kannst. Dann musst du nur noch schauen, ob der Zusatz Online-Zugriff beim gesuchten Titel dabei steht. Neben Primo gibt es noch Literaturdatenbanken und statistische Datenbanken, über die du per Online-Zugriff ergänzende Literatur und Daten nutzen kannst. Am besten informierst du dich einmal auf den jeweiligen Fachseiten der UB zu den Datenbanken, die für dein Fach wichtig sind. Du findest die Fachseiten unter Fachliche Recherche auf der UB-Homepage. Dort findest du unter Medien finden und nutzen auch einen Link zu DEBIS, dem Datenbank-Informationssystem. DEBIS bietet dir eine fachlich sortierte Liste aller Datenbanken, die du über die Uni Mannheim nutzen kannst. Für jedes Fach sind dort schon Top-Datenbanken ausgewählt. Du musst dir also nicht zwingend die gesamte Liste der Datenbanken anschauen, sondern kannst dich an diesen Top-Datenbanken orientieren. Die Fachreferenten der UB helfen dir auch sehr gerne weiter, wenn du einmal nicht genau weißt, welche Datenbank für dich nun die passende ist. Für kleinere Rechercheaufgaben reicht es, wenn du nur Primo benutzt. Aber wenn du eine Studienarbeit vor dir hast, dann empfehle ich dir ergänzend zu Primo auch andere Literaturdatenbanken und je nach Forschungsfrage auch statistische Datenbanken anzuschauen, denn mit nur einer Datenbank deckst du nicht die gesamten Quellen in deiner Disziplin ab. Bevor du loslegst, ist aber eine Sache noch wichtig. Du kannst auf die elektronischen Volltexte und auf die Datenbanken nur dann zugreifen, wenn du dich entweder auf dem Campus befindest und über das WLAN Eduroam mit dem Internet verbunden bist, wenn du einen PC an der UB vor Ort benutzt oder wenn du dich außerhalb des Campus mit dem VPN-Client verbindest. Nur so weißt du dich als Mitglied der Uni Mannheim aus und bekommst online Zugriff auf die gewünschten Titel. Leere Infos zur Installation des VPN-Client und zu Eduroam findest du auf der Homepage der Universitäts-IT. Ich hoffe, dass du jetzt einige Informationen zur Nutzung von E-Books und Artikeln an der UB zur Hand hast. Wenn du darüber hinaus Infos benötigst, kannst du dich auch auf der Homepage der UB umsehen und die Mitarbeiter der UB ist natürlich auch gerne für dich da.